heute zeige ich euch mal in klasse 3d fahren wie ihr das motorrad bekommt dafür nehmt ihr einfach ein audi a8 geht auf preis fahren schon geht's los heute ich meine wir wie ihr den ferrari in in diesem spiel bekommt also leute ich zeige euch wie ihr den audi a8 bekommt in den spiel und facecam kann ich leider noch nicht benötigen geht ihr einmal hier so rum also guckt einfach zu so leute ich bin es noch mal davon aus dem schnitt ich zeige euch wo lang jetzt habe ich gerade einen crash gemacht dann fährt er hier hoch auf den berg dann halt den berg geradeaus und ja hier drückt er auf berg drauf ja dann habe ich ja schon wieder ein crash gemacht dann fährt er hier rechts lang ja einfach nur geradeaus dann hier lang hier lang jo 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 dann geht ihr dann müsst ihr dort rein fahren das habe ich gerade nicht ich bin heute das könnte hier lang hier lang und dort ist schon das geschenk da geht es drauf oh ok hat man kurz gehängt und jetzt leute seid gespannt ihr habt den ferrari hier freigeschalten hier er ist richtig cool ihr könnt einen spoiler ausfahren und die türen aufmachen so leute das wars auch schon mit dem video tschüssi tschüssi